Ach, die Augen sind es wieder, die mich einst so lieblich grüßten, oder sind die Lippen wieder, die das Leben mir versüßten. Ach, die Stimme ist es wieder, die ich einst so gern gehört, und ich selber, minst nicht wieder, bin verändert, heimgekehrt. Von den weißen, schönen Armen, fest und liebevoll umschlossen, lieg ich jetzt an ihrem Herzen, dumpfen Sinnes und verdrossen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!